ARD Text im Auftrag von Funk 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 Bitte nichts Grauenhaftes. Fleh ans Spiel. Ja, wer hat sich gut? Ja, der andere Fall ist schon gut. Kannst du nicht mal reden, Mann! Wo kriegt der mich? Nein, kein Weg. Kein Weg, komm! Kein Weg! Was ist passiert? Ich spiel, sagst du mir mal bitte was du machst, Leiter? Alles! Halt! Nein, bitte! Nein, bitte! Nein, bitte! Was ist passiert? Ist das Jeff? Ist das Jeff? Ist das Jeff? Ich habe kein Leben. Ich habe kein Leben. Ja, ich habe kein Leben. Ich werde alle ignorieren. Was? Nein! Okay. Ich habe ein Leben noch. Krieg ich das denn? Ich bin froh, dass ich das spiele, Alter. Ich kenne dich alle auf einmal von euch. Was ist los mit euch? Okay. Tschüss. Gut, dass ich auch hierher bin. Ihr seht's jetzt schon. Komm, ich brauche wieder den kompletten Pass für dieses Level. Ich hasse dieses Spiel. Jackpot! Schlüssel, check! Sprungfeld, check! Lass ich auch. Na ja, gut. Ach, pralle! Züge! Ist das gerade doch auf? Achso. Sorry, Leute. Aber ich habe gerade... Hier gibt es gerade ein kleines Problem. Deswegen... Fuck! Fuck! Bitte! Come on! Was? Nein, komm! Let me der Marsch! Let me der Marsch! Was ist das? Fast keine kleine Privatperson. Noch voller Oktofluter. Ja, schön. Wie komme ich jetzt dahin? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse... Ich hasse dich spielen. Lass endlich was. Spiel doch nicht so... Ach komm! Gib ihn! Nein, ich bin richtig! Ich bin richtig! Ich hab doch den Schlüssel! Dahin! Oder? Dahin! Geh dahin! Geh dahin! Dahin! Sehr gut! Sehr gut! Let's go! Ja! Leute! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja! Gedan! Digger! 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 Warte... Das war Level 19, oder? Ahaha! Wir haben uns zwei Läden vor uns zu Bobblin in der Boxkennze. Hihihi. Jaaa. Im letzten Part, Alter, das war ein krasser Part. Ich war am Verzweifeln. Welche Waffe kriege ich? Nimm bitte das hier so. Ja, ist gut. Verschieße mit. Okay. Ach so, meinst du? Hä? Wie kriegt das jetzt? Wie? Kriegt das nicht mehr, oder was? Warte. Okay, ich hab's wieder. Alles geklärt, alles geklärt. Hä? Äh. Nee, komm ich an. Digga, was ist das für ein abgefucktes Level? Wollen wir jetzt erst auf den Weg so erschießen? compares. Sch Oh ma, jetzt haben wir alles zurück, oder was? Hä, hält, also, was, 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 wasor, war, was, 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 uu, wu, wu, wu! Was ist das für die Neville? Schuss, kein Wiener mal. Was ist das für die Neville? Ah, ja ich bin da. ich glaube ich nein ja jetzt habe ich es verstanden es gibt mir aber noch ein bisschen Zeit und die Eltern von Koffer und nach Leidmann ein 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 das ist Prozent Prozent eine Beierer eine Beierer ich bin aber auf dem richtigen Riecher ich musste ich doch mal hin so und da denn genau ein Ziel also ich weiß dass ich irgendwo sein musste wo ich schiefen Oh, ich Idiot. Jetzt hab ich gerafft. Ich wusste es hier, mit dem Propeller. Wie, was? Nein. Geh, ich bin gleich hier. Das ist doch gar nicht. Ist die wieder ein unsichtbarer Weg oder was? Oh, beruhiglich ganz gut. Oh, fuck. Okay. Okay, das war richtig. Letzter Checkpoint. Oh, wir haben das ja einfach geschafft. Jetzt neu verkacken. Was? 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 Hä? Holy shit. Was? Was? Oh, no. Oh, no. Alter, ihr könnt mich so am Arzt. Wir haben gleich geschafft, Leute. wird doch 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 wohl eher und mein fahrzeuger ob wir mit dem einen den ganzen Tag ruinieren auch durchschüsse auch als erster was hat er gemacht ich habe die Waffe die Idiot naja, sieht nicht so schwer aus, wie es aussieht ich glaube, das ist leicht wir geben unser Bestes wir geben unser Bestes und dann ist es gut es ist doch jetzt hier nicht CLS-Spiel oder so ich kenn mich irgendwie durch oh ne, nicht schon wieder du Alter, wow, shit, 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 shit Alter, hallo ich bin noch nicht elektro, jetzt na will ich nicht ok, ok, tschüss ich treffe mich immer noch ok, ok, Alarztu verrot, Alarztu verrot, ich tut ihn